Ich brauche definitiv meinen E. Ich weiß auch was der macht. Alter ich freue mich überhaupt nicht auf das Game. Du bekommst ja den, der ist doch voll teuer oder? 4800. Ich hab mir gedacht ich brauche den. Will mir den auch holen? Ich würde mir den auch holen, aber ich bin nicht gut mit dem. Ich hab irgendwie keinen Bock auf den, aber ich hab mir gedacht ich brauche einen Jungler. Da hab ich gedacht was gibt's denn für einen Skilling-Jungler auf den ich keinen Bock hab. Achso. Alles klar. Da hab ich gedacht. Warum nicht? Garwagen. Hab ich. Darauf hat es doch keinen Sinn. Der macht mir keinen Spaß. Schicks sind einfach geiler als Java. Der hat voll gerockt mit ihm. Ich will kurz was wissen. Wir hatten doch letztens mit Michael Connor so ein abgefahrenes Spiel. Echt ey, das war krass. Kann ich mir grad nicht erinnern. Was meinst du denn da? Doch, wo ihr dann beide am Ende Guardians hattet. Achso, ja. Und dann ist ihr beide draufgegangen, ihr seid wiedergekommen seid und ich renne da sogar drauf und nach Hause den Nihil-Torn. Jajaja, im Ranked. Dann wuseln noch so 5 Leute rum und mir rennt da auch noch so und kommt immer wieder. Ja, der war nice. Und Michael ist auch immer, die hatten so ein Mundo, ne? Was? Und der Mundo, wir konnten, die hatten ein Mundo gegen uns. Ja. Und der Mundo ist immer von Anfang an da der Ulti angemacht und ist auf Michael zugesprintet, den Ardick Carry. Ja. Und wir konnten nichts machen. Weißt du, ich hab den hochgeschmissen, ich hab den gesloten, mit allem was. Ich hab sogar Randuins, ich hab den mit allem gesloten. Ich hab den auch noch geholtet und mich gestaunt. Und der ist einfach, wir konnten nichts machen. Michael musste einfach weglaufen vor dem im Kreis. Und am Ende hat er sich einfach Guardians geholt und ich auch. Ja, das war so. Guten Tag und, ähm, guten Tag. Alter Illuminati. Illuminati. Was willst du, Illuminati? Achso, okay, pass auf, ich mach das jetzt mal wirklich. Also, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ähm, haben Sie viel Spaß. Und, und wenn es Ihnen gefällt, dann lassen Sie uns das wissen. Danke. Sorry. Äh, ja vielleicht. Nein, nein, ich helf noch, ich helf noch. Alter, ich will die Schaden schlägen. Alter, ich weiß nicht ob ich den schon... Du bist die Kamerad. Hä, gar nicht. Calculated. LOL. Ja, alles klar. Die most serious lane aller Zeiten. Nein. Wir haben ja Suh und Malfight unten. Alles. Jetzt schon nicht mehr. Aber gut, dass wir dich dabei haben, Alter. Ja, ne? Eigentlich... Eigentlich ist das ein guter Pick gegen die beiden gewesen. Echt? Von was? Malfight. Alter, ich sterb gegen den Red Buff. Alter, ich sterb gegen den Red Buff. Ich sterb gegen den Red Buff. Ich schaff den nicht. Ja, was soll ich machen? Dodgen. Du bist Vayne, Junge. Behalt deinen Tumble. Man kann den Coo vom Malfight nicht dodgen. Nicht vom Malfight, vom Yasuo. Der wirbel. Ja, das mach ich ja. Der hat mich jetzt erst zweimal betroffen. Von viermal. Ja. Die Quote ist... Jetzt hat der den wieder. Der ist so ein unfairer Champion, ne? Ach wie, du bist immer so schnell mit unfair, aber... Das wär echt so. Du bist einfach nur ein Compact. Okay, nein. Du bist ein guter Vayne-Spieler. Nein, du bist ein guter Spieler. Das war jetzt gar nicht so böse gemeint. Was gibt's denn für einen Champion, den ich kenne? Vayne. Okay, du bist... Äh, der kommt nicht zu uns, ne? Das ist Malze. Ich dachte, der kommt jetzt zu uns. Ja, deswegen sag ich ja dort. Der kommt nicht. Was ist mit meinem E für eine Scheiße? Weiß das einer? Hab ich ja doch eben erklärt. Aufm Boden hauen, slowen. Und damage. Dann kann man die zweimal usen. Ja, slow beim zweiten Mal. Willst du mich verarschen? Nein. Ja, nö. Ich weiß einfach nicht. Hab ja nicht zugehört. Du erzählst immer so uninteressante Scheiße. Nein, Friedi! Ey, dann ist das grüne Jungle-Item ist ja einfach only für die Sim gemacht, eigentlich voll. Na, das ist ja gut. Nö, das benutzt man eigentlich so neu auch. Nö. Ich benutzt das nicht, ich benutzt immer das blaue. Ich benutzt auch das blaue, weil es dafür Chilling-Things meint. Was bringt denn das rote? Oder ist was Konrad-Katex? Ich verreiß, ich hab's gesehen. Der kriegt mich aber nicht. Mehr Damage. Vor allem nicht, wenn er alleine ist. Aber der will mich wahrscheinlich, wenn ich hier gleich wieder ankomme. Kann das sein? Oder der will... Die Golden. Hallo. Ja, ist er. Kommst du? Okay. Kriegsen? Komm, ich hab's. 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 Wenn du willst, können wir gleich unten. Ja. Oh, sorry. Ich dachte nicht, dass ich noch Schaden mache beim Aufprall. Ja, du machst den nur beim Aufprall den Schaden. Ach, echt? Hey, weißvolle Valid-Pick hier unten, hab ich das Gefühl. Hm. Ja, ich wurde Gold. Ja, tschüss. Was ist das für ein Bullshit? Ja, vor allem, weil die erst noch Synergisen, ne? Was soll ich dagegen machen? Nee, gar nichts. Sterben, aber dabei die Fresse halten, nicht alle mehr. Wie Faden das auch macht. Hoffe ich. Warte, wir wollen jetzt... Komm, Alter, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Okay, 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 okay. Nee, die wird sowieso erstmal in den Wirbel. Ähm. Die sehen dich doch da! Die Midi sind schon weit genug, Junge! Was ist dein Plan? Ich hab gar keinen Plan, deswegen will ich eigentlich auch nichts machen. Ich will einfach nur Präsenz zeigen und dann Corki töten. Die verlierten die... Die, äh... Oh, okay, die kommen... Oh, fuck. Oh, Malde. Hehehehe. Ah, hat sich der K-6 einfach getrappt. Alter, die haben gleich wiederholt, ja, Fredi, dann bist du voller... Ja, ich weiß. Wir dürfen nicht nebeneinander stehen! Nicht, dass die einen Double-Kill kriegen! Oh, oh. Konrad? Das war Selbstmord, das ist ja schon klein, ne? Äh, nein! Lol, der hat Package. Alles klar, hab ich nicht gesehen. Ich bin tot. Rennen! Lauf! Geh locker hier in Ward. Malte, du musst auch den Dragon treffen. Obwohl, du eigentlich gar nicht. Stell dir schon mal in Ward, um zurückzukommen. Zurückkommen? Das... Nein, sie haben gleich gewordelt. Nein, zu früh! Ah, YOLO. Was zeigst du LOLIO? Ähm... Du kennst nichts, Jon Snow! Äh, ich töte euch. Alter, war das gefährlich. Alter, komm! LOL! Wenn ihr die kriegt, war das nicht gefährlich. Fredi, 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 kriegst du ihn noch? Ja. Alter, die Leblor, Alter. Die Leblor hätte ihn so easy haben können. Fredi, 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 töte das! Nice. Fah, ist weg, ist weg. So, ist weg. Okay, alles klar. Nein, Gott. Oh, da ist noch ein Cocky. Oster. Boah, ich hab gerade gebläht. Oh, Leute. Ich ding so bestialisch. Hallo? Oh, Jungen, Echo... Keine Sorge, ich bin gleich ohne Ulti. Tschüss, Fredi! Ich geh dann mal. Ich geh auch. Ja, dude I'm so stoned, look at your farm oder so hat er gefrieren. Hallo. Dude I'm so stoned, look at your farm. Look at your farm. Farm is amazing. Alter nein, bitte nicht. Friedi wollen wir. Full engage. Ich glaub die haben hier gewordet. Ja. Sie haben hier glaub ich gewordet. Ich hab mir keinen Bock... Friedi lass ihn nicht die Ulti dingsen. Oh lol. Ich hab keinen Bock ein Bild von DCM runterzuladen. Oh und Friedi's dead. Tschüss Friedi. No we don't be so dead. Friedi, tötet. Nice. Ich hab grad versucht ihn zu treten und ich hab... Hast du auch geschafft. Du hast ihm auch seine Ulti gekickt. Sehr schön. Das musst du jetzt immer machen, wenn der Ulti malte, sonst ist Friedi einfach direkt tot. Aber du hast ihn auch seine Ulti gekickt? Ja. Der hat die gar nicht auf mich gemacht übrigens. Ne, der hat ja auf Leblanc gemacht. Ja. Der ist wohl wichtiger als du, aber ist ja nicht wichtig. Hang gegen die Wand! Neinn. Gut, 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 gut. Alter, die meken nix. Äh, alter wie ich geslowed bin. Die ließen mega nix. Konrad, wir machen die. Ach nein. Okay, okay, okay. Doch vielleicht. Wir machen die, wir machen die, wir machen die. Ich hau die weg. Ich trete ihn zu. Okay, okay, der Wirbel ist raus. Ich hab nichts gemacht. Oh, oh, raus. Ich kann ihn dann gleich. Danke mal. LOL, und er tötet dich noch. Richtig, richtig gut. Friedi ist dead. Oh ja, ich bin auch dead. Ich mach überhaupt keinen Schaden. Mach den Conard. LOL, lucky. Das war nicht lucky, das war... Hätte auch durchaus skill sein können. Schako schon, der Schako macht das die ganze Zeit. Er wartet auch immer unten, bis ich die Last Hits mache. Wofür? Ja, Friedi, äh, nicht mehr. Warte mal, bis ich die gerade einmal haue, und dann macht der mal den Last Hits, anstatt zu pushen. Finde ich korrekt. Friedi muss da weg, der Malfall kommt von hinten. Ich bin voll am Arsch. Wo kommt der denn her? Ich hab doch gesagt, der kommt von hinten. Ah, der ist wohl kaum unber... Nein. Wie weit geht denn die Ulti von denen? Weit? Nein. Nein, ich kann wirklich überhaupt nicht schließen. Das ist anstrengend. Warum macht die denn sowas? Oh man. Gut, dass auch der Schako, der so hilft, ne? Ja, ne. Danke für die late Box. Alte Pfader. Ja. Die machen den jetzt einfach, während die mit dem Baron-Buff ankommen. Oh, fuck. Ja. Die haben Baron-Buff? Oh, Jung, ich bin raus. Obwohl auch nicht. Ich verpiss mich. Ich bin dead. Kommt nicht zu mir. Malte, was machst du da? Malte! Okay. Und Malte ist down! Nein, da ist nichts mehr. Verpiss dich. Ich bin kurz kack. Alter. Friedi, hilf mir. Okay, der Dings ist weg. Friedi, you tried so hard. Ich kann nichts machen. Es ist billig. Es ist billig. Immer diese anspringen, Champions. Es ist so nervig. In dem Spiel können mich schon wieder drei Leute anspringen. Ne, vier sogar. Mit der Ulti. Friedi, du bist so ein Homo, ne? Ich weiß es ja nicht. Das war ja... Erschreckend ernst gesagt. Halt's Maul. So, äh... Hab ich... Den Minion. Shit. Hallo, wir müssen defen. Ja, tu ich doch. Können erst ein Gage, wenn ich mal ne Ulti hab. Dann wird einer hier reingertreten und dann es wird vorbei. Hast du dich schon einmal gemacht, die Ulti? Hat der? Ja, gegen die Jungle Minions. Hast du das nicht begonnen? Guckst du hin, Malte. Ich geh jetzt ja so schlagen. Echt weinen, wenn ich den zugucke, ne? Alter, was tust du da? Warum sind da jetzt drei Wands? Das ist wichtig. Das ist... Sonst triffst du den einen nicht. Guck mal, dann kann ich immer den hier machen. Hui. Und den hier. Oh, okay. Ey, ich hab den getreten. Habt ihr das gesehen? Den fand ich viel cool, ey. Dann hat Friedi den geschlagen. Friedi, wir gehen rein. Oder auch nicht. Der geht drauf. Friedi geht drauf. Oh, der geht auf mich. Ich bin Spanier. Alles klar. Aha. Und du? Dann halt deine Fresse. Was würde... Das juckt wen? Äh, lass mich... Und tschüss. Ah, dieses Slows, ne? Loll. Mann. Egal. First time recent, first time LeBlanc, wir waren dumm. Mein Gott. Ich spiel den nur wieder auf. Heute zumindest nicht. Naja, ja. Dann... Bis denn, Leute. Tschüss. Das war ein Fun-Game, Alter.